Hey Leute, ich sehe auf meiner For You Patch gerade nur noch Abschlussballkleider. Aus diesem Grund zeige ich euch heute einfach meine. So, das erste Kleid hätte ich 2020 bei einem Abschlussball getragen, der leider abgesagt wurde. Aber es hat richtige Prinzessinnen-Vibes. Das Kleid war auf meinen eigenen Abschlussball 2019 damals. Und ja, ich wollte einfach irgendeine Farbe, die anders ist als alle anderen. Und ich glaube, das habe ich geschafft. Dieses Kleid müsste ich 2018 am Abschlussball meines damaligen Freundes getragen haben. Er wollte damals unbedingt in Rot gehen, aber ich habe leider ein Fleck drauf gemacht, das mich richtig stört. Und in diesem schicken Kleid hier bin ich damals auf einen Schwarz-Weißball gegangen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Kleid ihr am schönsten fandet und welche Farbe ihr am Abschlussball anhatte.